Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Star Wars Jedi Survivor und ich habe jetzt umgestellt auf Controller, mit dem ich leider nicht so geübt bin, aber ich hoffe, das klappt. Also ich habe das Spiel gestartet und wir sind jetzt hier drin in diesem kleinen Räumischen, vermutlich unser Raum, mit einer kleinen Werkbank hier. Da kann ich aber nichts tun. Und ich wollte mir ja das Schiff ein bisschen ansehen. Mal schauen, hier ist alles zu. Vielleicht geht es später noch auf, wenn wir da nicht Schuh oder sowas haben. Also Küche, wo wir diese Erinnerung gesehen haben, da haben wir das Werkzeug und da vorne ist unser Cockpit. Ja, inklusive Meetingraum. Das ist doch eigentlich ganz ein Schiff. Das ist etwas hier hinter den anderen Türen ist. Okay, da oben können wir irgendwas tun. Interagieren. Na? So. Okay. BD-1 Zusammenbau. Okay. Werkbänke freigeschaltet Lichtschwerter und BD-1 können jetzt an Werkbänken des Spiels modifiziert werden. Du kannst jetzt dein Lichtschwert Klingenfarbe ändern, du kannst zudem Lichtschwert Komponenten, Materialien und so weiter ändern. Alles klar. Ja. Ich sollte zweimal Teil der Kirchung und Zustand von BD-1 anpassen. Bringen wir das zurück zur Werkbank. Ah, okay. Jetzt kann ich das da benutzen. Mal schauen. Zeit für ein Upgrade. Ist der Einschwert Komponenten ausgewählt, wird nur eine Klinge genutzt, was der Hälfte der Lichtschwerter entspricht. Ja, macht irgendwas Sinn. Ja, ist doppelt, dann alles. Ja, klar. Okay. Schauen wir mal, was wir bei BD-1 so machen können. Ähm. Hm. Quält man das tatsächlich am besten? Nee. Audiosensoren? Na, mit dir, Athen kann ich ein bisschen mehr machen. Nö. Das war ja quasi einmal ohne und einmal mit. Nee, okay. Das passt so. Äh, Lichtschwert. Ist das nur optisch? Vermute ich mal. Da gibt es nichts zum Austauschen. Da auch nicht. Da auch nicht. Ja, machen wir mal das. Ähm. Materialien primär. Oh. Okay. Okay. Okay, da kann man ziemlich kreativ sein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt... ...währende... ...Episode mal mache. Okay, da kann man ziemlich kreativ sein. ...Klinge, Klinge, Komponenten, Klinge. Da könnte man ein bisschen rumspielen. Oh ja. Okay, wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Hä, ist egal. Kann man ein paar Kampfstile machen? Achso, das ist wieder das. Okay. Ja. Äh, bitte einmal speichern. Äh, aktuell der Einschwert plus... ...zwei Schwerter. Fähigkeiten haben wir da. Mittlerweile was bekommen. Nö. Okay. Süddele. Oh, da hat es auch noch irgendwas. Was? Reflektieren? So was habe ich seit meiner Zeit auf dem Schrottplatz auf Bracker nicht mehr benutzt. Prof hat sie mir gegeben. Cordovas Werkzeugkasten von Bogano. Das meiste ist wahrscheinlich noch drin und wartet auf jemanden. Also beides mit der Zeit im Meer, je nachdem, was wir da finden. Ich frage mich jeden Tag, ob meine Entscheidung richtig war. Okay. So, ab zum Cockpit. Oh, kleiner. Alles klar. Süddele. Einmal fliegen. Oh, geil. Sobald so kurz. Was ist das? Planten wir. Systemausfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Unterlichttriebwerke werden neu gestartet. Sehr gut, Kumpel. Wir schaffen's nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Festhalten, BD. Okay. 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 Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Gris' Cantina. Okay. Komm mit. Okay, und das erste Mal, dass wir hier eine schöne Außenwelt sehen. Da kann ich mich immer mit der Steuerung vertraut machen. Das ist Spreng. Das ist Angriff. Ah, das da oben ist Special Angriff. Das ist Wegziehen. Das vermutlich zu mir her. Und das ist Blocken. Okay. Also, das ist Trau. Okay. Ja, wird schon schief gehen. Ja, ich wette, es bleibt nicht lange ruhig. Oh, scheiße. Kletterpartie. Ähm. Wir werden schon schief gehen. Man-Controller. Okay. Hat geklappt. Wette, eine Spanne beim Kampf. Was bist du? Was bist du? Ausdrücke, wenn das Biddybis aktiv ist, um Biddy's Fernglas zu benutzen. Oh. Panzer Tronto. Das ist mal ein Riesen-Fee. Wir haben unser Ziel. Also nichts wie hin. Okay. Das ist eine coole Sache. Ja, okay. Wieder raus. Hallo. Wie gesagt, schließen. Wenn du... Ach so, ich... Ich muss das jetzt aufmachen, sonst hört er nicht auf. Ähm. Okay. Gut. Umsehen. Ich bin gespannt, wie das mit der freien Welt und Nebenmissionen dann hier funktioniert. Okay. Das letzte Mal, dass ich ein Luca-Hack gesehen habe, war auf Bracker. Das ist lange her. Prof, was würdest du jetzt sagen? Los, die Mentes repariert sich nicht von allein. Ich hoffe nur, dass Grease die Teile hat gebraucht. Ich darf erst mal speichern. Bitte, danke. Nö, nö. Wir müssen nichts extra machen. Komm schon, Kumpel. Erstmal umsehen. Kann ich da einfach so reinlaufen? Ja. Okay. 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 Ach, ne Bagger-Maschine soll das sein. Wow, wow, wow. Oh. Okay. Das hab ich voll übersehen. Ah, scan mal bitte. Verrostet, wie alles andere hier. Die nennt Ruide. Okay. Moment, kann ich da noch was scan? Schau der Piede. Okay. Oh. Arsch. Okay, wenigstens krieg ich so ein bisschen Kampfübung. Das war blocken. Okay. Ähm, geht das da hinten auf? Ah, BD, was ist los? Sieht nicht so aus, als würde dieses Tor funktionieren. Ja, zumindest noch nicht. Das wird vermutlich wieder so ein Abkürzungsding werden. Und was bist du da oben? Kann ich das auch bei dir scannen? Hä, wo bist du? Da bist du. Na? Keine Info? Okay. Alles klar, du fliegst. Okay. Irgendwie süß. Sag ich jetzt noch und dann greift es mich an. Oh. Der sieht cool aus. Das wäre was für BD. So, unter her. Ähm, kann ich dich... Ich kann dich nicht aktivieren. Wie komme ich da rüber? Ähm... Wo ich jetzt hier eine Sackgasse? Kann ich auf dieser Wand laufen? Einfach ausprobieren. Okay. Funktioniert. Oh, Droiden. Nice. Nein, 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 nein. Oh, geil. Wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach nur gedrückt. Was? Hä, 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 hä. Was ist das? Für die Dabraider. Was? Erledig dich! Was? Du hast mich erwischt! Versuchs nochmal! Ah! Okay, jetzt mit den Special-Movs. Okay, ab in die Dunkelheit kriege ich auch... Dankeschön. Genau, das wollte ich. Na, was hast du denn da? Achso, Überreste. Wow, wow. Allah. Das war so klar. Kam ist dunkel. Schöne Landschaft, wirklich schöne Landschaft. So. Geht doch nicht hier runter, oder? Oder doch? Nee. Hier kann ich nicht nach oben. Ah, I see. Kannst du da raufklettern? Ja, okay. Das war nicht so gut. Die liegt auch vor mir. Okay, das geht. Cool, maskiert. Ich habe vergessen, wie geschwäßig die sind. Ja. Ich würde das aber noch geil. Was kann ich denn hier untersuchen? Wo denn? Achso, okay. Er hatte recht. Was für ein Ausblick. Ja, der ist wirklich nicht schlecht. So. Einmal Jump. Nein. Ach, das kannst du... Was, warum? Wieso gehst du da nicht rauf? Ja, jedes Mal Gesundheit weniger. Ist klar. So. Dankeschön. Ich glaube, es ist eine gute Idee, dass ich mal schnell die Gesundheit auffrische. Ja, nein. Ich will meditieren. Halt. So, komm. So. Einmal ausruhen. Bitte machen. Danke. Na ja, sie sind wieder da. Gut, aber da unten stört es mich nicht. Moment. Was ist denn? Och, nö. Was macht ihr da? Soll ich da mal ein bisschen zusehen? Geil, Kampfdroide. Unangemessen auch. Nice. Ja. Wohl wahr. Ähm. Einmal hier rauf. So. Einmal darüber. Sehr gut. Ähm. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl, wenn wir da unten reingehen. Was soll's? Machen wir das mal. Jees. Superschlein. Was ist das? Oboteer. Sei vorsichtig. Mh, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ja, das ist alles super. Das ist halt da auf der Oberfläche. Also, soll ich da mal rein? Wir senken. Nichts wie weg hier. Oh. Oh. Okay. Wie kriegen wir das nach oben? Warte mal. Wie ging das jetzt, dass ich was zu mir herziehe? Wie? Sie explodieren also. Gut zu wissen. Das klingt nicht gut. Das ist wirklich nicht angenehm. Äh. Muss ich das da irgendwie kaputt machen? Okay, wie kann ich... Wie kann ich jetzt hier die Sachen wegmachen? Hä? Wie kann ich die Sachen... Oder muss ich das irgendwie zuerst zu mir und dann... Ach, so geht das. Okay, alles klar. Oh. Oh, Abkürzung. Bitte. Äh. Alles klar. Wir noch da unten. Na, Kleiner. Alles klar. Also, das hier? Ja, also viel Spaß bei der Reparatur, ne? Oh, die sind süß, die Kleinen. Oh, Kiste. Gern damit. Was? Kurzer Bart. Ach, stimmt. Wir selber können sie auch anpassen. Wir kommen definitiv näher. Ich glaube, ich sehe einen Ausgang gleich hinter der Kreatur dort. Bleiben wir in Bewegung. Oh, das ist aber ein großes Gebiet hier. Alles klar. Wir suchen mal den Druiden da unten. Moin. Moin. Okay, da ist was Großes. Will ich zu dir hingehen? Ich glaube nicht. Wo? 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 Oh, fuck. Scheiße. Ich kann nicht mehr einen Special Move nicht machen. Man. Okay. Wieder herstellen, wenn du stirbst. Ja, ist okay. Ja, okay. Alles klar. Respawn. Yes, please. Bestimmt das voll am Anfang, oder? Ich kann jetzt alles nochmal neu machen. Ja. Wir sind am Anfang. Aber immerhin ist die Abkürzung noch da. Oh, geil. Und das zweite Seite ist auch da. Nice. Ach, da könnten wir noch was machen hier. Aber noch nicht. Also nochmal testen. Ja, warte mal. Machen wir das Schwert hier raus. Okay, nee. Das war es nicht. Ach, das ist ein Special Move. Okay, das ist nochmal so zurückweichen. Oben Special Move. Das ist weg. Das ist zu mir. Okay. Und blocken. Oh, tschüss. Ja, ja. Alles gut. Okay. Wir probieren es nochmal. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, das mit dem. Nice. Der ist schon mal besser. Wie kann ich diese Stim-Packs dann nutzen? Das würde ich... Warte mal. Wie kann ich das machen? Hallo? Wie kann ich die nutzen? Ist das immer schon hier? Nee. Die hörst du vielleicht? Nee. Ah, okay. Und so kann ich die Komfort ändern. Okay, alles klar. Yes. Wieder einmal speichern. Nee, ich will es erstmal nicht ausruhen. Schauen wir mal, was wir hier links haben. Oh, fuck. Müsste das jetzt sein. Fuck. Fuck, 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 fuck. Au. Voll in den Rücken rein. Autsch. Okay, hat sich das gelohnt? Hallo? Na? Was ist das? Achso, das ist das Nest. Zivilisation verscheucht worden. Okay. Gesundheit ist es denn zu haben. Maximale Gesundheit. Yes. Das Spiel weißt du, wie ich spiele. Gibt mir maximale Gesundheit. Achso, das hätte man werfen können, ne? Hm. Ich muss die Macht mehr nutzen. Oh, bist du jetzt schon wieder am... Oh, bist du jetzt schon wieder am... Das Spiel dagegen tun. Ich habe jetzt die Grafik-Kartentreiber noch mal aktualisiert und ich habe Raytracing abgestellt. Das soll wohl helfen bei manchen. Ich hoffe, das funktioniert auch bei uns. Das ist aber so viel zum Triple-A-Titel, ne? Dass ich solche Sachen machen muss. Geh schon lang. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rauf. Haben, was wir da Schönes haben. Äh. Guten Tag. Oh. Arsch. Okay, hier kann ich dich... ...modifizieren, aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Oh, ich hoffe, sie sind okay. Ja. Wer seid ihr? Ist in Ordnung, wir sind Freunde. Was ist passiert? Wir wurden von den Raidern überfallen und ich bin geflohen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Was hast du hier gemacht? Prospektieren. Von irgendwas muss ich erleben, aber der Thea hat die gesamte Ausrüstung ruiniert. Und dann wären da noch die Raider und die Käfer. Ist es für dich zu gefährlich? Du solltest gehen. Das werde ich. Sobald ich weiß, dass der Weg sicher ist. Achso. Wir sollen für dich jetzt aufräumen. Ja, okay, ist klar. Ähm, interagieren. Ich kann den Lift von hier nicht holen. Okay. Das heißt, hier kommen wir später wieder. Na ja, zwei da drüben. Ihr habt Spaß. Kann ich hier den Lift holen? Die Plattform ist wohl gerade woanders. Ja, was du nicht sagst. Okay, was kann ich hier machen? Boah. Du. Alla. Das kannst du doch nicht machen, während ich deine Kiste aufmach. Okay, helle Metalle. Hast du irgendwas Besonderes? Okay. Oh. Alla. Aus dem Nix jedes Mal. Hm. Wir jumpen einfach drüber. Was ist das für eine Flüssigkeit? Tut die mir weh? Nee. So. Links. Nach rechts geht es nicht weiter. Na, was haben wir hier? Das ist der Teer. Das ist der Teer. Ah, du meinst, es wird so eine Sprengaktion werden. Da hinten ist auch eine Plattform. Und hier komme ich vermutlich nicht rauf, oder? Ja, 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 ja. Oh, fuck. Ich hab verkackt. Komm, 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 komm. Ja. Okay. Ist mal doof. Ach, und du, gehst du komplett unter? Nee. Warum hat es die Plattform da hinten nochmal? In jeden Fall müssen wir da hin. Hast du das gehört? Das wirst du es. Gib Meldung. Wieder eine erledigt. Ravis wird das wissen wollen. Und auch. Alter. Okay. Das mit den Blocken muss ich echt noch üben. Da bin ich nicht gut drin. Äh, irgendeine Abkürzungs-Action hier. Ich habe etwas gefunden. Es, ähm, scheinbar... Ähm. Okay. Alter. Nicht mit mir. Was zum Teufel? Hat nur rechtzeitig reagiert. Was sind das für Dinger? Rollmine. Ich dachte, das wäre ein bisschen kreativ als das. Aber okay. Alla. Ich bin nur ein... Ein Dlingling. Knall sie ab. Ähm... Okay. Okay. Yes. Nice. Naja, das ging jetzt eigentlich noch. Hm, gerade erst oder da rein? Da rein, hä? Uh. Kommt hier was Großes? Oder... Kann ich da rauf? Ach, das ist wieder so eine Wand, wo ich laufen kann. Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Sieh dir das an, BD. Priorit. Was machst du hier? Das Tier ist von einer anderen... Hm. Ja, ich weiß, dass da oben eine Kiste ist, aber... Warte mal, was ist, wenn ich diesen Wallcham da mache? Yes. Halt. Nein, 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 nein. Aufmachen bitte. So, und das da oben kann ich nicht kaputt machen. Hm. Ja, gut, was soll's. Gehen wir erst mal weiter. Oder gibt's hier noch was Interessantes? Hm. Ich glaub, Eilen wär mal nicht schlecht. Bin ich da runter? Ah, ich muss... Da hinten irgendwas? Nö. Wow, 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 wow. Du Arsch. Und ich dachte, hier ist irgendwas zum Collecten. Wow. Dankeschön. Oh, die Jacke ist aber nice. Ich glaub, die würde ich... Hey, was hast du gefunden? Du willst drauf drücken, stimmt's? Wow. Alter. Suchen wir einen Weg raus aus dieser Teergrube. Kommt die jetzt da andauernd? Ja, komm her. Ja, komm her. Weil die Dinger jetzt... mir folgen? Ey, komm mal raus da. Ja, komm. Ja, komm, 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 komm. Nicht explodieren dabei. Na, komm her. Bist du. Oh. Echt jetzt? Ach, verdammt. Das hat jetzt nicht funktioniert. Nichts sagen. Auch jetzt kein Hinweis. So, komm mal mit. So, dann gehen wir jetzt dieses Mal ein bisschen weiter nach rechts. Kommst du mit? Ja, komm her. Komm her. Warum kommst du jetzt nicht mit? Allah. Okay, das hat funktioniert. Weiß nicht, ob das so sein sollte, aber okay. Ja, ja. Okay, das war immer mit der Rue. Hey, du. Hey, du. BD-1, alles okay? Okay. Äh, ist schon irgendwie niedlich. Hab ich nicht gesagt, du sollst aufpassen, wenn du es kennst? Komm her. Ich hätte dich in diesem Ratanis lassen sollen. Holy shit. Wie viel frisst du am Tag? Krass. Okay. Okay, ähm, da kann man was kaputt machen. Glaube ich zumindest. Das sieht noch Abkürzung aus für später. Da kann ich nichts machen. Okay, du fährst auch wieder von alleine. Giste. Giste. Alle Roboter. Ich will dich hier nicht haben. Nein, nein, nein. Fuck. Alter. Nice. Eigentlich wollte ich dir eine Kugel da anbesehen und zu ihm schmeißen. Save-Point wäre jetzt auch nicht schlecht. Nice. Alle. Da kann ich eigentlich jetzt die Super-Angriffe ausweichen. Alle. Alle. Dankeschön. Das war wirklich ineffizient. Okay, das Teil kann ich bewegen. Irgendwas macht hier noch Geräusche. Okay. So. Ola. Das Teil schon wieder. Oh, oh. Ach. Scheiß Viecher. Wo muss ich hin? Oben hat es so ein Teil. Da vorne ist wieder so ein Flugding. Wie komme ich denn hier weiter? Hm. 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 Okay, das kann ich da irgendwie hin katapultieren. Aber da komme ich nicht rauf. Hm. So viel wird eigentlich gar nicht... Ah. Die Wand. Glaub ich mal zumindest, dass das die Lösung ist. Yes. Aufmachen, bitte. Oh, cool. Oh, schneiden. Ah, okay. Und jetzt kann ich mich da rüberschwingen. Alles klar. Ja, macht das auch Sinn. Na? Will nehmen wir was? Oh, sieh. Oh. I see. Ich werde danach scheitern, ne? Oder auch nicht. Nice. Safepoint. Meditieren. Ah ja, bitte dieses Mal ausruhen. Sehr gut. Kannst losgehen, BD? Oh, schaut euch mal an. Wie niedlich. Okay. Liebe Leute, wir sind mal wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst freien Därme nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild seid, dann werdet ihr sogar Kanal-Mitglied. Bis dann, möge die Macht mit euch sein. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten, der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten, lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.